Hi, ich bin Carla von der letzten Generation. Ich stehe hier heute zusammen mit Jan und Marit. Wir wollen euch einladen zur Massenbesetzung am 25.11. hier in Berlin. Bei der letzten Massenbesetzung waren wir über 1400 Menschen. Wir alle fordern ein Ende der fossilen Industrie. Denn wir müssen und wir können bis 2030 aus Kohle, Öl und Gas aussteigen. Die Klimakrise lässt sich leider nicht durch das leere Gerede unserer Regierung beeindrucken. Stattdessen schreitet sie einfach voran und wird eher noch durch das Nichtstun vorangetrieben. Wir von Scientist Rebellion stellen uns deshalb hinter die Forderungen der letzten Generation und gehen zusammen zur Massenbesetzung auf der Straße des 17. Juni am 25.11. Wir wissen, was passiert, wenn wir nicht auf wissenschaftlich fundierte Forderungen hören. Wir müssen raus aus unseren gemütlichen Büros und Laboren und hier auf der Straße unsere Regierung ermahnen, auf die Forderungen einzugehen. Für uns als Eltern gegen die Fossilindustrie ist es unerträglich, wie sehr die Kohle, Öl und Gas Lobby immer noch Politik beeinflusst und damit die Welt aller Kinder zerstört. Gegen diese zutiefst ungerechten Machtverhältnisse kommen wir nur alle gemeinsam an. Wir wissen, dass es schöner, gerechter, gesünder geht, dass wir Menschen das einfach besser können. Und Klimaschutz ist Kinderschutz. Dafür brauchen wir euch alle. Also kommt am 25. November zur Massenbesetzung nach Berlin. Wir fordern, weg von Fossil, hin zu Gerecht. Wir fordern, weg von Fossil, hin zu Gerecht.